und 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 nein der ausgang der ausgang danke 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 ich habe eine nachricht für rios el diablo ist zählen wiederhole el diablo ist zählen verstanden alpha verschwinden wir von ihr hat schon gedacht dass er jetzt irgendwie keine ahnung fehler der tonspur gewesen wäre die jungs sehen fast für echte soldaten aus ja haben nämlich auch bessere waffen aber dann kam es immer noch gut auf mich schießen sie jetzt und ich habe keine muni mehr der rennt weg von mir und schießt auf mich das ist unfair ja das irgendwo noch einer wir hängen zusammen jetzt hier auf einen punkt das ist irgendwie eine scheiß idee gewesen ich hab ne waffe ich hab ne waffe möchte ich nur noch gerne jemanden sehen die ich damit erschießen kann nach dich zum beispiel gute idee nicht gut ich habe keine muni mehr kommen 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 das war knapp ja jeden sonntag was machst du mir direkt noch einer weg er schießt auf mich wie kannst du es wagen der geht mir so haben wir doch schön munition gespart ja das wird leider nicht so wirklich geteilt von dem her bei mir ist nur eine im moment ich habe granaten ich habe ich habe was gesagt kann man gleich austesten hier das scheiß schloss ist widerstandsfähig ich versuche mal mit dem messer geht auch nicht ich glaube wir müssen noch eine etage weiter hoch daran könnte vielleicht auch liegen ja das sieht besser aus ich versuche mir dasselbe hier nochmal ich will auch nicht hier aufbrechen in jaja was weißt du was das hier mal war immer noch besser als der beschissene keller ja ich habe mich irgendwie so voll gewöhnt ich sehe was du meinst ich brauche hilfe ich krabbel zurück musst du nicht halt still auch gut gute arbeit wächst du kraft und da läuft noch einer sehr schön na hast du einen gefunden ich habe ich habe nicht das gegenteil behauptet aber trotzdem guck mal ob klappt das ist ja da drüben sind ganz ganz viele ich glaube dass mir der guckt mich gar nicht an also rein mit dem messer so da waren aber noch ein paar die haben gewartet ja da war das ist ein geräusch ich glaube da war das hat vorher noch geknackt wie sieht es aus oder nach einem ausrufungszeichen juli und wk könnte um einiges schlimmer sein ja eventuell kommen wir hier sogar auf das aufrufungszeichen das ausrufungszeichen blockiert die tür man kann die tür aufbrechen man kommt nicht durch und danach ist das ende das spiel ist so gemein heute ich fühle mich getreut aber da sieht man gar nicht wie oft man gemessert hat das finde ich unfair es wäre schön wenn die nahkampf kills auch angezeigt werden würden ja ähm Jetzt haben die den ganzen Spaß. Warum machen die das so interessant? Warum können die das nicht? Ach ne. Die beiden Pappnasen vom Anfang. Immerhin habe ich jetzt meine Ausrüstung wieder. Nein, auf erwarteten Evakuierungs-Heli, also nehmt ihn auch. Cool, Rios hat uns der Lämmer besagt. Ihr wollt helfen? Dann geht aufs Dach und schwingt euch in den Heli. Was? Können wir nicht mitmachen? Aber wir sollen jetzt in den Heli gehen. Auf irgendeinem Dach. Hm. Na hier gibt es noch einen Weg. Ich bin gerade am Grübeln, die sind mit den Seilen noch runtergekommen. Warum lassen sie sich nicht einfach die Seile da und wir klettern in den Heli so rein? Aber nö. Das wäre zu einfach. Ach, scheiß Neulinge. Denken auch überhaupt nicht mit. Bewegung. Nö, es werden. Aufs Dach. Wo bleibt das Ausrufezeichen? Oh, oh. Darf ich nach oben oder willst du? Ich darf hoch. Ich komm da. Hätte nicht gedacht, dass du den Sprung schaffst. Das sieht auch mal gut aus. Wir können flankieren. Oder direkt durch die Mitte gehen. Hm. Gebiet säubern. Oh, da kommt was. Ihr geh runter. Spalter. Alter, war weiter. Na, keiner weh. Alter, schnell. Oh, nö. Jetzt muss ich nachladen. Mal wieder. Oh. Du musst dir mal meinen Shotgun reinziehen. Ich mag meine neue Shotgun. Wo hängen? Wo hängen sie? Können wir noch nicht. Was? Mein. Okay. Der geht verdammt schnell die Munition aus. Wollt ihr was von mir? Wollt ihr was von mir? Ich geh nicht wieder. so wie es aussieht na gut damit kann ich leben los jetzt da gab es ein bisschen ärger wissen gleich da wo ich ja was unser taxi kommt ich sage jetzt nicht was ich gefunden habe bei dir ist es schon kein ausrufezeichen mehr passen angekommen ich habe mir eine zeit gelassen jetzt ist doch wir noch diesmal will er hier hoch mal warum zum hanker der drüber man kann auch drunter ich finde es gut ich komme wieder hoch die m1 ist aber auch nicht schlecht hat man den nachteil einzelschuss ich würde jetzt einfach gern wissen wie ich den verdammten granatenwerfer benutzen kann von meinem schönen gewehr versuch einfach mal mit granaten werfen mache ich schon die ganze zeit da wirbt aber wie gesagt nur granaten natürlich doof man hätte vielleicht die geproftanleitung lesen sollen bei mir ist es jetzt frei da läuft noch einer rum bei mir hier sind zwei die auch noch ziemlich hart im hin sind noch ein paar mehr bei einer ich bin ich wahrscheinlich tot oder hinten da haben sich noch welche versteckt die gut aus die gut aus gut gemacht vorsicht ich verschaffe dir den weg partner überhelfen muss ich glaube ich sprengen das ding ja jetzt eine tür ich bin mir sicher dass ihr viele neue freundschaften schließt aber ihr müsst weiter da habe kleinere probleme wir kommen auch mal nicht heute mit denen noch ein bier trinken gehen ohne kopf können wir aber kein bier mehr trinken bleiben lieber entdeckung ist das hier nicht wunderschön ja ich glaube jetzt haben wir es beide aktiviert oder ja cool du bist 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 ja 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 oh 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 ich hab keine granaten mehr ich hab keine granaten mehr oh heeeh lasst mich überraschung wo bleib losliegen immerhin hattest du noch gerne an das ist schön ja hey der gepanzerte armeise das war nicht das kartell sondern eher eine miliz der neue arbeitgeber zahlt wohl besser mal gucken was ich da jetzt habe die dauern die landezone ist zu heiß evakuierung unmöglich weg hier nur irgendeine waffe mit schild habe ich da aufgesammelt ich frage es ob ich sie jetzt noch haben werde gleich wie war das nochmal bleiben die waffen halten ich weiß gar nicht mach die tür auf wir müssen die landezone säubern ja ich bin mal gespannt was das ding kann wir gehen rein zur tür weil meine shotgun war eh leer okay nogen ist logo oh scheiß sonne woher landezone ist sauber bestanden ich hole euch ab die verletzten sind auf einem anderen dach oder ja da ist auch ne mingel los oh ich sehe da ein spielzeug einer nimmt die wumme und säubert das dach der andere schaltet hier unten die luftabwehr aus oh ja gut ich bleib unten ja ich will meine neue waffen noch ein bisschen besser ausprobieren helfen wir in den heli okay ach ich muss dir noch da rein helfen ja das ist mir zu hoch so kann ich springen madame bitte sehr dankeschön auf damit los ich gebe deckung so was darf ich denn säubern geht nichts zu säubern flieg los eli ah ich weiß wo ich lang muss mir gefällt die musik gerade ich gebe dir voll das trocken au ja dann gibt es auch noch was oh ja das ist einig rundrote fässer du r串 schicken gar dran und jetzt gehts los schiller ha 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 noch etwas mit dem Herr links alles ist entliegend was ist es das ơn schicken aber aber ich kann erst auf positionen wenn die kampf noch weg ist Hm, irgendwie muss ich, irgendwie ist dort ein Panzer drauf oder so? Hm, keine Ahnung. Ich lauf ja mal weiter. Den Weg kann ich einiger raus. Scheiße. Wo ist die? Ich versuch die grad zu finden. Ich geh mal gucken. Laufe, 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 laufe. Au, 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 au. Hm. RANDHALLE! Jawohl, ich bieb'n! Ich hab' die Panzer rausgefunden, denn... RPG ausgeschaltet, los jetzt! Du musst da rüber, um zu den Verletzten zu gelangen. Mach' mal eben die Antenne Platz! Ich? Ich weiß zwar nicht, was ich machen muss, aber ich geh' da einfach bis hier. Gute Idee! Bitteschön! Los, wir sehen uns in der Landezone! Okay! Hm. Waaah! Rote Fässer! Lassen wir weg damit! Komm, ey, ihr Pisser! Ihr habt keine Schuld dafür nicht! Ich mach's mir hier erstmal ein bisschen müde auf den Dach. Oh, die... Die Deckung von unseren Leuten sollte ich nicht zerlegen! Nee, das... Wuh! Woh! Das sieht nicht gut aus! Das ist die Hände, die hier auch alles! Achtung! Fuck! Alles in Ordnung? Au, mal! Au, mal! Au, mal! Sag was Verdammt! Ich hänge im Handy! Ich hänge im Handy! Ich hänge im Handy! Ich hänge im Handy! Oh, oh! Ich bin hier geblieben. Hast du mich? Ich bin ziemlich warm am Hintern. Meine Hand schwitzen sich. Ich glaube ich kann mich drauf ziehen. So ne Schei... Stierst du sau. Oh, der trugelt dann. Oh oh. Gereckung! Das war irgendwie knapp. Verdammter Scheißkerl! Rios? Ja, ich bin da. Neuer Befehl. Bringt mir Elliot Salem. Ich will wissen, warum er das macht. Moment, wir sollen ihn dir lebend bringen? Ganz genau. Dir ist klar, dass er alle gekillt hat, oder? Befehl ist Befehl. Ja, Sir. Ja. Er haut ab. Boah, es macht so gar keinen Spaß. Guck dir das an, es ist alles zerstört. Ja, das können wir noch toppen. Meinst du? Ich weiß nicht. Das Level war geil. Das war richtig geil. Ja. Ich hab ne Goli Maske. Ne Goli Maske? Ein Tattoo, das sich Pin Up nennt. Oh. Schön. Interessant, interessant. Ja, ich mag mir jetzt nicht angucken, was da alles freigeschaltet wird. Ja. Ja. Ja.